Ja, grüßt sich, Burm. Frauen warten an der Ziellinie und wählen die Gewinner und interessieren sich leider nicht für deine Anstrengungen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man vor allem in der Red Pill verstehen muss. Und wie ich da drauf gekommen bin, ist, weil ich da öfters mit Männern rede, wo es darum ja wirklich geht und weil ich das ja immer wieder höre, dass die Männer dann sagen, ja, du, Klaus, ich habe in der Vergangenheit schon das gemacht und ja, bin ja da entgegengekommen und habe ja da diesbezüglich in der Vergangenheit geholfen und habe massive Anstrengungen auf meine Schultern gepackt. Und jetzt wird es sozusagen nicht belohnt durch Reziprozität. Und das ist eben massiver Denkfehler, dass es hier in der Mann-Frau-Beziehung, Beziehungskapital, wenn man so möchte, gibt, dass man dann eben, ja, wie so ein Punktekonto zurückgreifen kann und dann hoffen, dass die weibliche Hypergamie im Falle eines Zweifels hier dann Gnade walten lässt. Und das ist eben dann leider Gottes sehr falsch. Und das sieht man halt auch in dieser Truth-Bomb, wie man ja sagt. Wenn man auch beim Dating genauer hinschaut, ja, auch beim Kennenlernen, selten kann man da wirklich dann für Anziehung sorgen, wenn man dann sagt, ja, du, ach du, ja, ich habe den Leidensweg hinter mir so und so viel geleistet, um jetzt hier zu sein, wo ich heute bin, wird halt leider selten bis nie in die Anziehungsfindung der weiblichen Hypergamie dann logisch mit reinfaktoriert, sondern sie sieht den Typen halt, ah, okay, der hat den und den Status, der hat das und das Aussehen, den und den Körper und all diese Sachen, auf die Frauen halt hier tendenziell achten. Und da kann man nicht durch diese Erzählungen, wie schwer es denn war, dahin zu kommen, Empathie erhoffen. Das ist ja auch sehr spannend, wenn man da mal beobachtet, dass Frauen ja schon tendenziell empathisch sind, wenn es jetzt um so Geschichten geht. Ach, die Armen, Tierchen oder die Katzen und all diese Dinge. Aber wenn es jetzt gerade um die Beziehung zwischen Mann und Frau geht, fällt es plötzlich sehr schnell weg. Das sehen wir ja dann auch in Geschichten wie der Männergrippe, dass es überhaupt so ein Wort gibt. Ja, wenn der Mann hier mal dran flackt und sagt, boah, du, mir geht es ja gerade nicht so gut, dann wird es ja schon irgendwie so abgetan, weil man ja davon ausgeht, okay, über die Jahrmillionen hinweg brauchte die Frau Schutz, vor allem, wenn sie schwanger ist. Und deswegen hat sie diesen Bewältigungsmechanismus entwickelt, dass sie das halt so abtut. Ja, wird schon nicht so schlimm sein, der tut bloß so, weil ansonsten wäre das natürlich ein großes Risiko. Und da sehen wir ja auch wieder diese Dynamik, ja. Der Mann muss zumindest zu einem bestimmten Teil leistungsfähig bleiben, weil ansonsten ist es ja eine Gefahr für den Schutz und natürlich für das Kind, was hier potenziell oder mehrere Kinder da sein kann. Und natürlich sind wir hier in der Moderne, aber diese Muster, diese evolutionspsychologischen Dynamiken gelten weiterhin. Und deswegen ist es ja gerade, um auf diese Ausgangsgeschichte wieder hinzukommen, völlig hinfällig, wenn man dann versucht, sich hinzusetzen mit der Frau, vor allem, wenn es dann kritischer wird und der hypergarme Zweifel hier eben als Mann, schwierige Phase, Job verloren oder ähnlich, dann wird es schon schwierig, weil es ist wie eine Aktie, je nachdem, wie die Frau dann auch eingestellt ist, dass sie dann halt die jetzt noch hält, in der Hoffnung, dass sie nochmal nach oben geht. Aber im Großen und Ganzen wird diese Leistung oder diese Anstrengungen nicht mit in die hypergarme Gleichung so reinfaktoriert, wie das viele Männer gerne hätten. Und das sehen wir eben auch in den Studien immer wieder, wenn man da auch diese ganzen Dynamiken bei Monkey Branching immer beleuchtet, was ich ja auch so interessant finde, da steht es ja auch, Lieben und Gehen, Geschlechtsunterschiede in der romantischen Bindung. Und da sehen wir, die Daten deuten darauf hin, dass Frauen vorsichtiger sind als Männer, wenn es um das Eingehen romantischer Beziehungen geht, diese Beziehungen eher mit Alternativen vergleichen, eine Beziehung, die unglücklich erscheint, eher beenden und mit Ablehnung besser umgehen können. Und das ist eben sehr, sehr spannend, was ja auch wieder hier mit reinfaktoriert, die Frauen-des-Krieges-Dynamik, ja. Vor allem nach der Trennung sehen wir das ja, was ich halt auch schon sehr oft in den Beratungsgesprächen aus der Vergangenheit beim Thema Ex-Zurück-Bereich gesehen habe, dass die Männer dann irgendwie meinten, ach du, ich habe der aus dem Dreck geholfen von der Straße und all diese Dinge. Aber das ist halt dann leider Gottes nicht hier mit reinfaktoriert worden. Deswegen sehen wir ja dann immer tendenziell diese Verhaltensweisen. Und da muss man sich darüber im Klaren sein, vor allem als Mann, dass dann halt auch hier immer wieder diese Wahrheit zu sehen ist, dass gerade nur der Fokus auf diesen Gewinnern ist und nicht die Anstrengung oder die vergangene Leistung hier in diesem Punktekonto auszahlbar ist. Und das sehen wir ja auch hier, dass sehr viele Frauen halt auch einen Plan B-Mann in der Hinterhand haben. Bei dieser Umfrage von OnePoll sieht man hier, okay, 43% haben einen Plan B-Mann und 50% sagen, dass der Partner sogar diesen Typen kennt. Das wird natürlich nie direkt ausgesprochen. Ja, das ist dann der beste Freund, die Ersatzaktie, wenn man so möchte. Und da ist das halt eine heftige Truthbomb, wo man das dann halt leider Gottes auch tendenziell sieht. Das wird natürlich teilweise moduliert, wie man ja hier sieht, ja. Plan B oder die Partnerversicherung als Sexualstrategie von den Frauen hat sie ja hier in ihrer Masterarbeit auch hier herausgearbeitet. Und da sehen wir dann, dass hier auch diese Messgröße dann hier definiert wurde, die Neigung zum Plan B-Mann. Und dass halt auch die ganz guten platonischen Freunde oftmals dann der Plan B-Mann sind und die Ergebnisse hier zeigen, dass 20% der Frauen das haben. Ding dabei ist, das sind ja oftmals Befragungsstudien. Ja, da werden die dann gefragt. Und das muss man dann auch nochmal reinfaktorieren, dass die zumindest ehrlich gewesen sind, diese Frauen. Und die anderen, die rationalisieren sich das ja dann weg. Ah, na, das ist mein bester Freund, du. Und all diese Dinge. Und da kommen natürlich andere Faktoren noch mit rein, wie die halt auch in der Soziosexualität eingestellt sind oder halt auch dunkle Triade, Marchivalismus, alles modulierende Aspekte der Persönlichkeit und so weiter und so fort. Aber trotzdem muss man dann halt immer wieder aufs Verhalten schauen. Und da sehen wir dann oftmals, dass dann doch dieser Upgrade dann hier damit einhergehend hier oftmals dann aus dem näheren Umkreis gezogen wird. Und das ist dann, um wieder auch zurückzukommen auf die Leistungslast, eine harte Dynamik, weil man sich das immer wieder in den Kopf rufen muss, dass man hier gerade, wenn es auch schwieriger ist, dann männliche Bezugspunkte, männliche Freunde oder auch ein Support-Netzwerk, wie es ja auch oftmals die Frauen von Standard aus schon haben, sich das eben aufbaut, weil das ja hier dann sehr hilfreich ist. Und dass man sich vor allem dann auch davon verabschiedet, von diesem Leistungsgedanken als Mann, dass das dann irgendwie lobend mit reinfaktoriert wird in die Gleichung. Weil, wie ja öfter schon mal gesagt, es hat halt teilweise dann schon diese Mafia-Aspekte. Ach, Giovanni. Du weißt, Du hast viel für mich gemacht, aber es geht nur ums Geschäft. Und dann wird er abgeschossen. Natürlich nicht immer, da gibt es ja auch Spielraum. Aber die Grundtendenz ist auf alle Fälle da, dass das nicht empathisch jetzt einbezogen wird. Wenn dann mit ein bisschen Sympathie, ja, oh mei, er kriegt da vielleicht nur einen Danke-Zettel oder so super nett war das. Aber im Großen und Ganzen geht es ja dann ums Verhalten. Und es kann damit nur schwer moduliert werden. Und hoffentlich kommt es jetzt dann auch vermehrt bei Euch an, dass man sich auf sowas nicht stützt, weil das halt eine harte Wahrheit ist, aber trotzdem sehr oft gesehen in der zwischengeschlechtlichen Dynamik. Und damit hoffe ich, dass ich Euch das näher bringen konnte. Und wenn es Euch gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Pfiat's euch.